Deine Ängste sollten dir nicht im Wege stehen. Deine Ängste sind Lügen. Deine Ängste sind Geschichten. Deine Ängste sind vergangene Erfahrungen, die du nicht wiederholen möchtest. Deine Ängste manifestieren sich so lange, bis du all diese Wahrheit dahinter erkannt hast und dir erlaubt hast, sie zu transformieren, sodass sie keinen Einfluss mehr auf dein Leben haben. Dass jede Angst, wenn sie kommt, dass sie genauso schnell gegangen ist, wie sie gekommen ist, dass du nie wieder drin stecken bleibst, in irgendwelchen Angstzuständen, beengenden Zuständen, irgendwelchen Zuständen, wo du dich aussichtslos, nicht geliebt, abgelehnt, falsch, verkehrt und fehlerhaft fühlst. Das ist nicht die Wahrheit und die brauchst du nicht weitertragen. Die Power der weiblichen Alchemie ist genau der richtige Kurs für dich. Schau rein!